Dreh, dreh! Aaaaaaah! Hallo meine Lieben! Hallo! Der Julian ist wieder mit dabei, denn um euch gibt es eine lustige neue Challenge von uns. Und zwar, tadaa, die Ballon Challenge. Wir haben diese langen Kunstballons gekauft, womit man Tiere zum Beispiel basteln kann. Und eine Luftpumpe. Ja, die auch, die braucht man. Und jetzt, schau doch mal auf. Unsere freundliche Assistentin hat uns lustige kleine Zettel mit Gegenständen geschrieben, die wir eben mit diesen Ballons darstellen müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwas hinbekommen. Aber wir versuchen das jetzt mal. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an, oder? Ja, willst du anfangen? Ja, okay. Jetzt fängt es an, ne? Bei Schwimm-Sachen müssen wir anfangen. Okay, halt, dass ich ziehen kann. Wollen wir noch mal gucken? Was ist das denn? Boah, Julian, das rätst du, glaube ich, niemals. Okay, also jetzt muss ich erst mal einen Luftballon aufpumpen. Übrigens, chronische Angst vor Luftballons. Wie weit muss man die dann aufpumpen? Ah! Ah! Oh! Oh, wie hat die... Oh, wie hat die... Ich kündige auch noch an, dass ich vor die Angst vor Luftballons habe. Okay, also... Ach du Sche... Bist du bereit? Äh, Lutscher. Nein. Ziemlich verarschen. Lutsack. Hör auf damit. Ich hab wirklich keine Ahnung, was du da machst. Julian, das ist ein Nasenspray. Oh, das ist doch kein Nasen... Mach du mal... Mach, das ist ein Nasenspray. Sieht aus wie eine Klobrille. Komm, sieht echt aus wie eine Klobrille. Okay, sollen wir sagen, dass jeder eine halbe Minute Zeit hat? Eine halbe Minute nur? Ja, aber erst den Ballon aufpumpen und dann eine halbe Minute. Okay, okay. Ach du Scheiße. Wie soll man das denn machen? Ich glaube, ich brauch mehrere Ballons. Ja, kannst du ja nehmen. Oh, du rennst nicht in meine Richtung. Die Plätze, fertig, los! Ich brauch... Äh, ne Schnecke. Du musst es hoch halten, sonst sieht man das nicht. Ähm... Kannst du dich jetzt so drehen? Ja, ja, ja. Ein Kreuz. Äh, Arm und Beine. Ähm, was machst du? Ne... Wie lange hab ich noch? Wie lange hab ich noch? Noch 10 Sekunden schnell! Ne Wurst! Keine Wurst! Hahaha! Aber Kacke, ey! Warte, warte, ich hab noch... Ich hab noch zwei... Ne Brille. Ja, ne Brille! Ja, selten noch, oder? Ja, klar selten ist das noch. Oh, was sind das denn für... Wieso gehen wir die ganze Zeit wieder auf? Es tut das hell, wenn man die zusammen dreht. Komm, da ist jetzt an meinem Kopf platz, ne? Ja, dann rass dich aus! Mit dem Herz doch nicht. Warte! Hör auf, was machst du da? Ah! Oh, ich dachte, der wäre gewinnt. Ey, ist doch voll die gute Idee, oder? Ey, mach mal! Sieht aus wie so ein Ninja-Dings. So ein Ninja-Turtle. Wie so ein Ninja-Turtle. Okay. Voll, die ist echt gut geworden. Ich bin stolz auf dich, Julian. Hau, hau, hau! Hau, hau! Boah, das passt zu meinem Oberteil. Auf die Plätze. Na, fertig, los! Warte, warte! Ne Brezeln, ne Brezeln! Nein, 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 warte! Boah, das sieht voll nach einem Konzept aus. Noch 10 Sekunden! Nein! Lass mich verarschen! Eine Achterbahn! Jetzt kommt die Buss, Zeit vorbei! Scheiße! Was ist denn das? Das soll eine Hand! Wisst ihr, was das ist? Das soll eine Hand sein! Ich wollte ganz viele Finger machen! Eine Hand! Ja, hallo, das ist meine Hand! Au! Ich wollte ganz viele Finger machen! Ja, jetzt, jetzt, wo du es sagst, erkenne ich die Hand auch. Ja, hier, warte mal ein Finger, zwei Finger, drei Finger... Boah, eine Hand, dann hätte ich die einzeln so gemacht! Oh! Dämlich! Mal gucken, ob dir das Glück gebracht hat. Das kann ich nicht. Doch, das kannst du! Das, das kann ich schaffen! Julian! Krass, seid denn so übermuschig jetzt gewesen? Ich bin, ich bin richtig bereit. Und, los! Äh, 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 weiß ich auch nicht. Du musst ein bisschen höher machen. Was machst du da? Es ist ein Mensch, dem die Hände zusammengefunden werden, ähm, äh, äh... Hä, was hab ich mir denn mal gedacht dabei? Wie lange noch? Zehn Sekunden? Das ist, äh, Handschellen, ähm, ein Armband, ein Armband, ein Rucksack, eine Handtasche. Ja, 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 eine Handtasche! Boah, das ist voll gut geworden! Ja, ne? Einfach so angezogen. Das ist meine Handtasche. Das sieht schön aus. Ich bin voll talentiert. Du wirst echt voll gut. Also, wenn man das mal nicht erkennt, dass das eine Handtasche ist. Guck mal, was ich hab'n Propeller gebastelt. Wie soll ich das? Ich hab's nicht da reingeguckt. Ey, ich hab'n's nicht verarscht. Warte doch mal auf. Ich dachte, das darf ich auch leben. Ja, egal. Aber es war eh total schwer. Also, neuer Zettel. Okay. Ey. Es war knapp. Ich hätt' beide schon wieder reingeguckt. Wie belast' das jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Bitte schön. Ach du Scheiße, wirklich. Oh, ich hätt' lieber braun gemacht. Vorsicht, 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 Vorsicht. So? Braun. Das war ein Zeichen. Oh, wei, oh wei. Boah, geht das auf die Arme, ey. Sagen, ich bin bereit. Ich bin bereit. Auf die Plätze. Fertig. Schluss. Das Hörhalten. Oh. Oh. Schnell, schnell. Das ist ein, äh... Warte, zerrätst du. Oh, wir haben gar keine Ahnung. Komm, das sind Lippen. Das sind Lippen. Ein Schiff. Ja! Das ist ein Schiff. Da klingt nicht fast. Das ist ein Segelschiff. Nein, das ist ein Schiff. Ach so. Und wieso geht der Segel nach unten? Wieso hätt' sie das machen müssen? Hätt' sie ihn hier so dran machen müssen. Ja, aber der Segel ist immer in der Mitte. Gar nicht. Ja, jetzt hast du's kaputt gemacht. Danke. Bitte. Weiter geht's. Mach die Plätze fertig und closed. Boah. Haar übertreibt doch nicht. Äh... Was machst du? Das ist voll einfach. Eine Schraube. Äh... Äh... Fisch? Ja! Wenn ich jetzt gebissen habe. Auf die Plätze. Auf die Plätze. Fertig los. Mensch! Nein, das ist mein... Das ist ein Tier. Das ist zu warm als Tier. Das ist zu warm als Tier. Was soll das für ein Tier sein? Aua! Mein Mann! Was war das bitte? Das war ein Schnitzel. Das war ein Schnitzel? Boah! Gott! Das ist doch kein Schnitzel! Du bist voll untalentiert. Wieso beißt du denn in den Ballon rein? Ich wollte dir zeigen, was man essen kann. Ich hab... Aaaaah! Das hat... Echt? Ist das rot? Ja. Das ist das aufregendste Video, was ich jemals gemacht habe. Ja, ne? Voll der Adrenalinkick hier die ganze Zeit. Du bist dran, Jule. Ich trau mich schon gar nicht mehr jetzt da. Ah! Das kriegt hin, das kriegt hin, das kriegt hin. Oh mein, warum sagst du das kriegst du hin? Du hast doch voll die leichten Sachen. Brauchst du nur einen Ballon? Nee, nee, nee. Ich brauch noch einen. Hat die Farbe was zu bedeuten? Blau? Hat genau nichts zu bedeuten. Oh, schade. Okay, kann losgehen. Auf die Worte! Und Start! Ähm, ein Schwert. Ein ganz langes, äh, eine Linienseil. Ein, ähm, eine Kette. Ein, äh, ein, äh, Haarreif. Ein Stirnband. Äh, was soll das sein, Jule? Was soll das bloß sein? Ja, das frage ich mich auch. Was soll das bloß sein? Was ist denn das? Ja, komm! Zähn dich kurz. Stirnband. Was soll ich hier? Ein, äh, ein Hut! Ja! Oh, das ist ja gar kein Hut! Das ist nicht schön, Julea. Das ist voll der Hut. Plätz hier noch so einen. Guck mal hier, warte. Ja, jetzt, jetzt hättet ihr es jetzt als Hut akkert. Auf die Plätze. Ich muss erst mal ziehen. Achso. Okay. Boah, das kriege ich vielleicht sogar auch hin. Auf die Plätze. Ja, warte, ich muss erst mal aufwurfen. Auf die Plätze. Auf die Plätze. Auf die Plätze. Auf die Plätze. Los! Oha, äh, Frau Julea, wenn du das nicht erwähnst, ne, dann werde ich sauer. Äh, Scheiße, warte, 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 warte. Ah, warte. Ein Auto. Au! Nein, 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 guck hin, guck hin, guck hin. Äh, Scheiße! Einen Hund. Einen Riesenhund. Was? Ist das der Kopf? Ja! Für die Raffe. Ja! Oh, das Tier, ey. Mach rein, du sagst nicht noch länger in den Hals. Hallo, die ist voll schön. Hallo. Hallo, die ist voll gut geworden. Ey, es ist der letzte Zettel jetzt hier im Runde. Der letzte Zettel im Runde? Beende dich in der Runde. Wieso misch ich ja da nur einer drin? Fass ich auch nicht. Okay. Ja, toll. Ja, fein machst du das. Diese Challenge, ey, bringt mich um den Verstand. Ich bin bereit. Okay. Gib alles, Julian. Auf die Plätze. Fertig. Go! Gras. Ja, mach das. Ein Schwert. Ein Busch. Ja, mach das. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Was machst du denn da? Ja, fast. Geht weiter. Eine Blumenstrauß. Nein. Ein, äh, ähm, äh. Warte, ich brauche noch einen. Ich brauche noch einen. Schnell. Schnell. Was soll denn das sein? Schöne Palme? Ja, pass, pass, pass. Das ist eine Palme. Ein Baum. Ja. Oh, Julian. Ey, das ist voll der gute Baum, oder? Nein. Ist immer nein, ne? Aber ach halt alles. Guck mal. Ja, okay. Ist gut geworden. Ist ja gut. So, meine Lieben. Das war unsere Ballon-Challenge. Und wir hoffen natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Und dass wir euch ein bisschen zum Lachen bringen konnten. Ich fühl mich auf jeden Fall, ob ich gerade zwei Stunden Achterbahn gefahren bin. Ich bin so kaputt. Das war... Ich bin auch mega am Arsch. Warte. Rammzitter. Was? Eine sehr nervenaufreibende Geschichte. Auf jeden Fall, ich finde, wir haben einen Daumen nach oben verdient. Wir haben so einen Körpereinsatz gegeben. Würden wir uns auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und jetzt haben wir für nächste Woche Sonntag vielleicht ein kleines 10-Arten-Video in Planung. Eventuell. Wenn ihr Lust drauf habt, dann gebt dem Video doch auch einen Daumen nach oben. Denn es kam zu sehr lange kein 10-Arten-Video mehr. Und dann sehen wir, dass ihr immer noch Bock drauf habt. So, am Ende verlinken wir euch nochmal zwei alte Videos. Bei mir auf der Seite gibt es einmal die Pantomime-Challenge mit dem Julian. Und... Bei mir gibt es das Wagen- oder Pflicht-Video. Das aktuelle. Genau. Und wir gehen jetzt mit unseren schönen Luftballon-Figürchen ein bisschen spielen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit da seid. Du kannst mit deiner Hand sogar winken. Ja, okay. Mit deiner Hand. Und... Dann wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit und sagen Tschüss. 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 Tschüss.